Wir schreiben den 25. September 2001. Zwei Wochen nach den Terroranschlägen in New York hält der russische Präsident Wladimir Putin auf Deutsch eine Rede im Bundestag. Er machte seine Liebe zur deutschen Kultur deutlich, erklärte die Wichtigkeit der deutsch-russischen Beziehungen und zitierte den deutschen Historiker Michael Stürmer. Ich zitiere aus Putins Rede von 2001 im Bundestag. Zwischen Russland und Amerika liegen Ozeane. Zwischen Russland und Deutschland liegt die große Geschichte. Das schrieb der deutsche Historiker Michael Stürmer. Ich möchte dazu feststellen, sagt Putin, dass die Geschichte, genauso wie die Ozeane, nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Deutschland hat den USA, gerade was die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg betrifft, sehr viel zu verdanken. Oft hören wir von Obama, dass Deutschland einer der engsten Freunde und Verbündete der USA sei. Doch nachdem herauskam, dass die NSA die Kanzlerin abgehört hat, klangen diese Worte von Freundschaft nicht mehr sehr glaubwürdig, denn wer würde schon seine besten Freunde abhören? Doch das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland ist nicht nur wegen den Abhörsskandalen der NSA fragwürdig, sondern auch aus militärischen Gründen. Lange Zeit war Russland bzw. die damalige Sowjetunion der Feind der USA, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg im sogenannten Kalten Krieg. Am 4. April 1949 sollte schließlich die Organisation des Nordatlantikvertrages gegründet werden, oder kurz gesagt die NATO. Die NATO hat Länder vereinigt, die sich zuvor Jahrzehnte und Jahrhunderte lang bekämpft haben. Es war und ist ein Militärbündnis, das sich damals zusammengeschlossen hat, um vor allem auch gegen die Sowjetunion im wahrsten Sinne des Wortes gerüstet zu sein. Gründungsmitglied der NATO waren Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, England und natürlich die USA, die das Ganze angeschoben hat. 1952 kamen Griechenland und die Türkei dazu, 1955 die Bundesrepublik Deutschland und 1982 Spanien. Doch 1955 entwickelte die Sowjetunion einen Gegenentwurf zu NATO, die Vereinigung einiger Ostblockstaaten, auch bekannt, als Warschauer Pakt. In diesem Militärbündnis befand sich neben der Sowjetunion auch noch die damalige DDR, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, die Tschechoslowakei und Albanien. Zu einem Krieg dieser beiden Blöcke ist es Gott sei Dank nie gekommen, da der Ruf der damaligen DDR nach Freiheit und Einheit gehört und genehmigt wurde. Mit dem Mauerfall vom November 1989 wurde nicht nur Deutschland wiedervereinigt, sondern es führte letztendlich auch nicht nur zur Auflösung der Sowjetunion, sondern auch zur Auflösung des Warschauer Paktes, der am 1. Juli 1991 offiziell aufgelöst wurde. Doch die NATO blieb weiterhin bestehen, bis zum heutigen Tag. 1999 traten auch Polen, Tschechien und Ungarn der NATO bei, also drei Ex-Mitglieder des Warschauer Paktes. Damit wurde das Versprechen gebrochen, das die NATO Michael Gorbatschow gegeben hat, nämlich... Die Amerikaner, so Michael Gorbatschow, versprachen, dass die NATO sich nach dem Kalten Krieg nicht über die Grenzen von Deutschland ausdehnen werde. Aber jetzt sind die Hälfte der Länder Osteuropas NATO-Mitglieder. Was ist mit dem Versprechen geschehen? Das zeigt, man kann ihnen, der NATO und der USA, nicht trauen. Die Russen gaben der Wiedervereinigung Deutschlands grünes Licht, weil man für die Lage der Menschen Verständnis hatte und man den Russen versprochen hat, dass man, außer der DDR, keine Ostblockstaaten mehr in die NATO aufnehmen würde. Doch dieses Versprechen des Westens wurde also gebrochen. 2004 folgten Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien und Slowenien. Und 2008 kamen noch Albanien und Kroatien dazu. Mit 28 Ländern ist die NATO heute die größte Militärallianz der Welt und die größte Militärallianz in der Geschichte. Wie die Welt am 6. Februar 2010 berichtete, ist es laut Ex-Außenminister Guido Westerwelle das langfristige Ziel, eine europäische Armee aufzubauen. Da die Deutschen aufgrund der Geschichte eher Kriegsgegner sind, Gott sei Dank, wurde auch der Einsatz in Afghanistan stark kritisiert. Doch bei einer europäischen Armee, dessen Länder auch Mitglieder der NATO sind, wird sich auch Deutschland langfristig in Kriegseinsätzen beteiligen müssen. Darum war die Überschrift einer Spiegel-Ausgabe von 2006. Die Deutschen müssen das Töten lernen 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Vergangenheit anscheinend bewältigt, sodass man nun wieder, doch aus anderen Gründen und mit anderen Verbündeten, in den Krieg zieht. Doch das Wort Krieg wird von Politikern und Medien in Deutschland eher selten gebraucht. Stattdessen spricht man von Auslandseinsätzen und Friedensmissionen. Doch ein Krieg gegen den Terror ist keine Friedensmission. Deutschland ist nach den USA, China und Japan die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, doch bedauerlicherweise auch der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Auch die NATO denkt gar nicht daran abzurüsten, sondern aufgrund der Ereignisse in der Ukraine, sagte der NATO-Generalsekretär Anders Rasmussen laut FAZ vom 4. Mai 2014. Was die Beteiligung der NATO an Kriegseinsätzen bzw. Friedensmissionen betrifft, sagte der NATO-Generalsekretär Anders Rasmussen laut Tagesschau vom 19. März 2013 außerdem, Die Nationen in Europa können und sollten mehr tun, um mit Amerikas Einsatz gleichzuziehen. Und zwar im militärischen Bereich. Für mich persönlich sind Länder und Präsidenten, die von Frieden sprechen und gleichzeitig militärisch aufrüsten, genauso glaubwürdig wie ein Alkoholiker, der sagt, er wolle aufhören zu trinken, sich aber täglich mehr Alkohol kauft. Und so wie der Alkoholiker, wenn er erstmal im Kühlschrank Alkohol vorfindet, früher oder später diesen auch trinkt, so werden auch die Waffen früher oder später eingesetzt, von denen einige Länder wohl nicht genug haben können. Etwas anderes, von dem besonders die USA nicht genug bekommen kann, ist Erdöl. Die USA verbrauchten 2010 833 Millionen Tonnen Erdöl, doppelt so viel wie China und liegt damit eindeutig auf Platz 1 der erdölverbrauchenden Länder. Rund zwei Drittel des weltweiten Erdöls befinden sich im Nahen Osten, in Ländern wie Saudi-Arabien, dem Irak oder dem Iran. Ohne Erdöl läuft weder die amerikanische Wirtschaft noch das Militär. Was würde es also einem bringen, wenn man die besten Raketenflugzeuge hätte, aber kein Öl, um sie zu starten? Dies sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns einmal die Regierung unter George W. Bush anschauen. Henry Pawson wurde wahrscheinlich Finanzminister, weil er bereits 1974 bei Goldman Sachs arbeitete. Der Präsident George W. Bush begann seine Unternehmertätigkeit im Jahr 1978 in der Erdöl-Förderindustrie, Dass er außerdem Mitglied der Geheimgesellschaft Skyland Bones war, ist ebenfalls kein Geheimnis mehr. Über seine Außenministerin Condoleezza Rice und ihre Tätigkeit, bevor sie ins Amt kam, heißt es, Sie war unter anderem 1991 bis 2000 Mitglied im Direktorium des Ölkonzerns Chevron. Nach ihr wurde der Öltanker Condoleezza Rice benannt. Diese Außenministerin war also kein unbeschriebenes Blatt in der Erdölförderindustrie. Schauen wir uns nun den zweitwichtigsten Mann der US-Regierung unter George W. Bush, nämlich den Vizepräsidenten Dick Cheney, an. Wikipedia berichtet, was er gemacht hat, bevor er ins Amt kam. 1995 wurde Cheney Aufsichtsrat-Vorsitzender und CEO von Halley Burton, deren Kerngeschäft die Energieversorgung und Förderung bzw. der Handel mit Erdöl ist. Dick Cheney ist also ebenfalls ein Fachmann, wenn es um den Handel mit Erdöl geht. 1999, also zwei Jahre vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001, sagte Dick Cheney in London folgendes. Öl bleibt grundsätzlich ein Regierungsgeschäft. Während viele Regionen in der Welt große Ölmöglichkeiten bieten, ist der Nahe Osten mit zwei Drittel des weltweiten Öls und den niedrigen Kosten immer noch, wo der Preis letztendlich liegt. Nun kommen wir kurz zurück zur NATO. Es gibt ein Abkommen zwischen den einzelnen NATO-Mitgliedern, der für alle gilt, nämlich, dass wenn ein Land angegriffen wird, es eine Kriegserklärung gegen alle NATO-Mitglieder ist. Wenn Russland zum Beispiel Polen angreifen würde, wäre dies eine Kriegserklärung gegen alle 28 Mitgliedsländer der NATO, einschließlich der USA und Deutschland. Schauen wir uns also mal diesen Artikel 5 des NATO-Gründungsabkommens von 1949 mal an. Dort heißt es, Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Zu so einem Bündnisfall ist es vor der Wiedervereinigung Deutschlands nie gekommen. Doch ca. 10 Jahre nach der Auflösung des Warschauer Paktes kam es zum ersten Mal in der NATO-Geschichte zu so einem Angriff gegen ein NATO-Mitglied, nämlich am 11. September 2001. An diesem Tag wurde also nicht nur die USA angegriffen, sondern die gesamte NATO. Am 5. September hieß es auf der offiziellen Homepage der NATO, Die Terroranschläge vom 11. September 2001 auf New York und Washington drängte nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch die gesamte NATO-Allianz in einen Kampf gegen den Terrorismus. Die größte Militärallianz der Geschichte erklärt dem Terrorismus den Krieg und greift die Weltmacht Afghanistan an. Durch das Feindbild Osama Bin Laden wurde besonders das amerikanische Volk in Angst und Schrecken versetzt, um sie für den Krieg gefügig zu machen. Afghanistan hat nicht nur selbst Bodenschätze, sondern auch die riesigen Erdöl- und Erdgasvorräte in den Nachbarländern macht Afghanistan zu einem Schlüsselland oder zu einem guten Stützpunkt. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder versprach den USA und George W. Bush uneingeschränkte Solidarität, was im Ernstfall auch militärische Beteiligung bedeutet. George Bush sagte am 21. September 2001, Entweder seid ihr für uns oder ihr seid für den Terrorismus. Damit könnte Bush auch die einzelnen NATO-Staaten gemeint haben, die sich eine Erfüllung von Artikel 5 des NATO-Gründungsabkommens nicht verweigern sollen, sondern an Amerikas Seite zu stehen haben. Im Untersuchungsbericht zum 11. September 2001 wird ein Gebäude nicht erwähnt, nämlich World Trade Center Nummer 7. In diesem Gebäude ist kein Flugzeug oder ähnliches reingestürzt, doch ist trotzdem wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Dieses Gebäude soll angeblich aufgrund eines Feuers eingestürzt sein, doch selbst die New York Times berichtete am 2. März 2002, Bis jetzt steht der Einsturz von World Trade Center 7 für ein außergewöhnliches Mysterium der Anschläge am 11. September. Zuvor ist noch kein modernes, stahlverstärktes Hochhaus in den USA jemals durch Feuer eingestürzt. Professor Jörg Schneider vom Institut für Bautechnik und Konstruktion hat folgende Meinung zum Einsturz von Gebäude Nummer 7. Er sagte, nach meiner Meinung ist das Gebäude World Trade Center 7 mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt worden. Doch dieses Ereignis, das so vielen Menschen das Leben kostete und bis heute so viele Fragen offen lässt, war Grund für den darauffolgenden Krieg gegen den Irak. Die USA schlossen Verbindungen zwischen Saddam Hussein und Osama bin Laden und versuchten den Irak mit dem 11. September in Verbindung zu bringen. Darüber hinaus schürte man noch mehr Angst, indem man Saddam Hussein beschuldigte, dass er chemische, biologische und Atomwaffen bauen wolle. Im September 2002 sagte der damalige Premierminister von England, Tony Blair, Der Irak besitzt chemische und biologische Waffen. Seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Und der Vizepräsident der USA, Dick Cheney, den wir ja schon kennengelernt haben, sagte im März 2003, Wir haben Grund zu der Annahme, dass Saddam Hussein Atomwaffen baut. Alle diese Anschuldigungen haben sich nachweislich als falsch herausgestellt. Der ehemalige Bundeskanzler hat sich gegen eine Beteiligung Deutschlands zu diesem Einsatz im Irak entschieden, was in Amerika natürlich überhaupt nicht gut ankam. Und wie man mit NATO-Ländern umgeht, die sich nicht an Artikel 5 halten, machte der Verteidigungsminister der USA, Donald Rumsfeld, deutlich. Er sagte am 22. Januar 2003, Wenn Sie an Europa denken, denken Sie dann an Deutschland und Frankreich? Ich tue das nicht. Ich denke, das ist das alte Europa. Seitdem Frau Merkel Kanzlerin wurde, gehört Deutschland allerdings wieder zum neuen Europa, denn die Kanzlerin ist bekanntlich sehr, ich würde sagen manchmal zu sehr, amerikafreundlich. Natürlich haben wir, wie gesagt, der USA auch viel zu verdanken. Doch wenn die USA und Deutschland wirklich befreundet sind, dann sollte man den USA auch vertrauen können. Und dieses Vertrauen scheint bei vielen Deutschen geringer zu werden. Zu offensichtlich waren die Kriegsbegründungen für Afghanistan und besonders für den Irak. Denn eine Umfrage kam im September 2006 laut der Times zu folgendem Ergebnis. 85% der amerikanischen Soldaten sagten, dass ihre Hauptmission war, sich an Saddam zu rächen, wegen seiner Rolle bei 9-11. Heute wissen wir, dass Saddam Hussein nichts mit den Anschlägen vom 11. September zu tun hatte, doch das hilft den über 100.000 Opfern dieses Irak-Krieges heute auch nicht viel. Bilderberger Henry Kissinger sagte laut dem Fokus vom November 2010, Öl ist einfach zu wertvoll, um es den Arabern zu überlassen. So wie die USA süchtig nach Öl ist, so sind Saudi-Arabien die Dealer, um diesen Durst der Amerikaner zu stillen. Darum halten George W. Bush und der König von Saudi-Arabien auch Händchen. Man rollt denen einen roten Teppich aus, an dessen Öl man sich eine goldene Nase verdient. Viele meinen, dass der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler wegen folgender Aussage zurückgetreten ist oder zurücktreten musste. Die Zeit berichtete im Mai 2010, dass im Notfall auch militärische Einsatz notwendig sei, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel für Handelswege. Horst Köhler sagte mit anderen Worten, dass die Bundeswehr Wirtschaftskriege führt. Deutschland scheint in der Tat viel von den USA gelernt zu haben. Wahre Macht ist, wenn man die Macht besitzt, Kriege zu führen und gleichzeitig die Deutungshoheit hat, dies positiv zu verkaufen, um diese Kriege moralisch legitimieren zu können. Als Peak Oil wird das globale Ölfördermaximum bezeichnet. Es ist das zeitliche Maximum der weltweiten Förderrate von Rohöl, zu dem es wahrscheinlich vor 2030 oder sogar noch vor 2020 kommen soll. Dr. Daniel Genser ist ein Schweizer Historiker und ein Energie- und Friedensforscher. In seinem Buch Peak Oil – Erdöl im Spannungsfeld von Krieg und Frieden schreibt er, vieles deutet indes darauf hin, dass der Irakkrieg ein klassischer Ressourcenkrieg ist, welches den USA erlaubt, vor Erreichen des Peak Oil und dem globalen Förderrückgang wichtige Erdölquellen zu besetzen, um dadurch gegenüber den Konkurrenten China, Europa und Russland eine Machtposition aufzubauen. Die NATO-Länder umzingeln geografisch Russland, das ebenfalls reich an Naturressourcen ist und das sich bedroht und teilweise auch verraten fühlt. Man darf die Hoffnung nie aufgeben, dass in den USA mal wieder ein Präsident wie John F. Kennedy an die Macht kommt, deswegen ist und bleibt eine gute Beziehung zu Amerika enorm wichtig für Deutschland und Europa. Doch das größte Land der Welt, nämlich Russland, gehört zwar nicht zur Europäischen Union, aber ebenfalls zu Europa, genauso wie die Ukraine. Einen dritten Weltkrieg zu riskieren, wäre für alle Menschen auf der Welt eine Katastrophe. Der russische Präsident sprach im Deutschen Bundestag 2001 auch über die NATO und sagte, wir sprechen heute von Partnerschaft, in Wirklichkeit aber haben wir noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Heutzutage werden Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Wir werden dann nachdrücklich gebeten, sie zu bestätigen. Dann spricht man wieder von Loyalität gegenüber der NATO. Wir sollten uns fragen, ob das normal ist, ob das eine echte Partnerschaft ist. Die Geschichte der Vergangenheit hat Deutschland und Russland voneinander getrennt, Darum sollte es die Geschichte der Zukunft sein, dass Deutschland und Russland nicht nur Partner, sondern auch und wieder Freunde sind. Wenn Amerika sagt, mit dem darfst du aber nicht spielen, dann sollten wir sagen, was wir schon längst hätten einmal sagen sollen, nämlich, wir spielen mit wem wir wollen, denn wir sind das Volk. Bis Deutschland das wurde, was es heute ist, nämlich eine weltoffene, tolerante, Europas wirtschaftlich stärkste und wiedervereinte Nation, musste ein langer Weg gegangen werden. Im Buch Kurze Geschichte des Nationalsozialismus wird auf Seite 280 die Gesinnung der Deutschen im Jahr 1951 beschrieben. Im Jahr 1951 äußerten bei einer Umfrage 40% der Befragten die Meinung, die Nazi-Zeit sei besser gewesen als die Neuordnung in der Bundesrepublik Deutschland. Der Prozess von der größten Diktatur der Geschichte zu einer der größten Demokratien der Welt schien damals für viele Menschen weltweit ausgeschlossen, doch Deutschland hat der Geschichte ein positives Kapitel hinzugefügt. Am 23. Mai 2014 wurde im Bundestag 65 Jahre Grundgesetz gefeiert, vollkommen zu Recht, denn es ist die beste Verfassung, die Deutschland jemals gehabt hat und gilt heute als einer der besten Verfassungen der Welt. Während dieses Festaktes im Deutschen Bundestag hielt auch der Schriftsteller Dr. Navid Kermani eine Rede, der 2009 den Hessischen Kulturpreis erhielt. Er ist Sohn iranischer Eltern, Moslem und gleichzeitig auch Deutscher. Seine Rede war tief beeindruckend und darum möchte ich Auszüge aus seiner Rede zitieren. Er sagte, Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ein herrlicher deutscher Satz, im deutschen Sprachraum vielleicht nur mit der Lutherbibel vergleichbar, hat das Grundgesetz Wirklichkeit geschaffen durch die Kraft des Wortes. Wie froh müssen wir sein, dass am Anfang der Bundesrepublik Politiker standen, die ihr Handeln nicht nach Umfragen, sondern nach ihren Überzeugungen ausrichteten. Wenn ich einen einzelnen Tag, ein einzelnes Ereignis, eine einzige Geste benennen wollte, für die in der deutschen Nachkriegsgeschichte das Wort Würde angezeigt scheint, dann war es der Kniefall von Warschau. Dieser Staat hat Würde durch einen Akt der Demut erlangt. Und das Seltsame ist, es sind neben allem anderen, neben der Rührung, der Erinnerung an die Verbrechen, dem jedes Mal neuen Staunen, auch Tränen des Stolzes, des sehr leisen und doch bestimmten Stolzes auf eine solche Bundesrepublik Deutschland. Es wird keine 65 Jahre und nicht einmal 15 Jahre dauern, bis auch im Iran ein Christ, ein Jude oder ein Bahai wie selbstverständlich die Festrede in einem frei gewählten Parlament hält. Im Namen zumal der Muslime, die in Deutschland Rechte genießen, die zu unserer Beschämung Christen in vielen islamischen Ländern heute verwehrt sind, möchte ich sagen und mich dabei wenigstens symbolisch verbeugen, Danke, Deutschland. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass in so gut wie jedem Video Bibelferse zitiert werden, da ich mich als gläubigen Christen bezeichne, denn auch das Christentum hat ebenfalls viel zur Kultur Deutschlands und Europas beigetragen. Da ich meinen Glauben und meine Hoffnung auf Gott setze, möchte ich zum Schluss noch aus der Bibel zitieren, die zu lesen früher von der Kirche verboten war. Denn wenn dieses Video eine Botschaft hat, dann eine Botschaft des Friedens. Wenn einige Parteien alle Muslime oder Ausländer, die nicht passen, als unsere Feinde betrachten, die man abschieben müsse, sich selbst aber als Christen bezeichnen, dann sollten wir diesen Parteien die Bibel geben und Sprüche 16 Vers 7 zitieren, wo geschrieben steht, Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm im Frieden leben. Denn auch Jesus sagte, liebt eure Feinde. Deutschland macht also genau das Richtige, wenn auch nicht alles richtig umgesetzt wird und es noch vieles zu verbessern gilt. Denjenigen, die ihre Taschen mit Geld vollstopfen, dass sie aufgrund von Steuerhinterziehung, Raub, illegale Ölgeschäfte oder Kriegsverbrechen erhalten haben, sollte man direkt den nächsten Vers unter die Nase reiben, nämlich Sprüche 16 Vers 8, wo es heißt, Denjenigen, die Geheimgesellschaften oder Sekten angehören, die ihre Machenschaften im Verborgenen planen und meinen, dies würde niemals ans Tageslicht kommen, den sollte man Jesaja 29 und Hiob 12 zitieren, wo geschrieben steht, Europa hatte schon zu viele falsche Führer wie Napoleon, Stalin oder Hitler, die nichts vom Christentum wissen wollten. Darum sollte die CDU eine christliche Partei ihrem Namen alle Ehre machen und Frieden durch Abrüstung schaffen, anstatt neue Konflikte durch Aufrüstung herbeizuführen. Und diejenigen, die Christen sind, Christen bleiben oder werden wollen und für die Frieden wichtiger ist als je zuvor, möchte ich aus Psalm 29, Psalm 55 und Apostelgeschichte 10 zitieren, wo es heißt, Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Er hat meine Seele erlöst und ihr Frieden verschafft, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!